Kostet auch Sie die Verwaltung Ihrer Mitglieder Zeit und Nerven? Zeit, die Sie eigentlich viel lieber Ihren Kunden widmen würden? Wie zum Beispiel für die Vertragsverwaltung, das Schreiben von Rechnungen oder die Verbuchung der Mitgliederbeiträge? Und lohnt es sich auch für Sie nicht, extra jemanden dafür einzustellen? Oder die Person, die sich eigentlich darum kümmern sollte, ist scheinbar immer dann krank oder im Urlaub, wenn es gerade brennt? Und damit bleibt diese ungeliebte Arbeit wieder einmal an Ihnen hängen und der Papierstapel in Ihrem Büro wächst und wächst. Lagern Sie doch diese belastenden Routinearbeiten einfach an das Perfect Office von Interbrain aus. Unser geschultes und branchenerfahrenes Personal erfasst Ihre Verträge, trägt Ruhezeiten ein und bearbeitet Erneuerungen und Kündigungen. Wir mahnen zudem professionell Ihre Mitglieder, die nicht pünktlich zahlen. Außerdem erstellen wir die Buchungsunterlagen für Ihren Monatsabschluss und gewährleisten dabei eine schnelle und exakte Verarbeitung Ihrer Daten. Wir sind 52 Wochen im Jahr für Sie da, haben keine Ferien und sind nie krank. Und das Beste dabei, mit dem Perfect Office können Sie dank unseres monatlichen Fixpreises ganz einfach Ihre Kosten kalkulieren. Gewinnen Sie endlich wieder Zeit für das, was Ihnen am Herzen liegt – Ihre Kunden. Nutzen Sie daher wie bereits viele andere Fitnessanlagen in der Schweiz unsere externe Dienstleistung und lagern Sie die Verwaltung Ihrer Mitglieder an uns aus. Vereinbaren Sie noch heute einen Termin mit unserem Perfect Office Team. Aber ich kann mit meinem Interbrain – 360 Grad Gästemanagement